Was hat eine katholische Nonne mit der Reformation zu tun? Am 29.01.1499 erblickte Katharina von Bora das Licht der Erde. Ihre Mutter starb früh und das kleine Mädchen kam mit sechs Jahren ins Kloster. Für ein junges Mädchen blieb somit das Weltliche verschlossen. Mit 23 Jahren entfloh sie mit weiteren Mitschwestern der Engel der Klostermauern. Dr. Martin Luther unterstützte die jungen Frauen dabei, einen Ehemann zu finden. Er selbst wurde von der jungen und resoluten Katharina auserkoren. Warum er sie liebevoll mein Herr Käthe nannte, erfährst du in dem Beitrag Katharina von Bora, Ehefrau von Martin Luther.